Heute wollen wir euch in einem Kurztest den Halloween-Titel Pumpkin Jumpin vorstellen. Der Name ist bei dem Titel des deutschen Entwicklerteams Springwald Software Programm, denn Pumpkin Jumpin heißt übersetzt springender Kürbis. Und so geht es in dem Spiel darum, den immer hüpfenden Kürbis Jack in den Zaubertrank zu buxieren. Das wäre eigentlich ja auch ganz einfach, wenn der gute Jack mal stillhalten würde. Aber sobald der Level gestartet ist, hüpft Jack, ähnlich planlos wie die Lemminge, einfach los. Egal ob Löcher, Gegner, Abgründe oder andere Fallen auf dem Weg zum Zaubertrank im Weg sind. Per Fingertab müsst ihr Jack um die Fallen herum buxieren. Zu den einfachsten Sachen gehört noch Steine aus dem Weg zu räumen. Mithilfe von Kerzen lasst ihr Jack auf eine andere Plattform schweben und mit Klötzchen versperrt ihr Jack bestimmte Areale oder Löcher. Schafft ihr es auf dem Weg zum Zaubertrank seine drei Kürbisfreunde einzusammeln, gibt es extra Punkte. Zudem braucht ihr eine bestimmte Anzahl Kürbisse, um die nächsten Abschnitte bzw. Welten freizuschalten. Bei Pumpkin Jumpin' ist vor allem das Köpfchen und das richtige Timing gefragt. Unser Fazit. Pumpkin Jumpin' ist ein netter Knobeltitel für zwischendurch. Die späteren der insgesamt 60 Level werden durchaus knifflig und wer auf solche Titel steht, darf gerne noch etwas auf die Wertung aufschlagen. Pumpkin Jumpin' ist für günstige 79 Cent als Universal App für iPod Touch, iPhone und iPad im App Store erhältlich. Pumpkin Jumpin'